Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man so eine Paprika eigentlich so schnell und effizient wie nur möglich schneidet bzw. entkernt. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst brauchen wir mal ein Schneidebrett, die unter klarem Wasser gewaschene Paprika und vor allem auch ein scharfes Küchenmesser, damit einem stumpfen, macht das Zugereiten einfach keinen Spaß. Dann schneiden wir mal etwas unterhalb des Kopfes die Paprika komplett durch, dass wir diese wirklich schön durchgeschnitten haben. Und nun können wir nämlich den Strunk hier einfach per Hand entfernen. Diese löst sich relativ leicht. Als nächstes die Paprika dann umdrehen und auch den Boden einmal einfach wegschneiden. Diesen können wir nämlich auch schon essen. Jetzt können wir sehen, dass der Kern hier innen drin noch an drei Teilen mit der Paprikaschale außenrum verbunden ist. Nun schneiden wir mal ein etwas weiter als dieses erste Teil hier die Paprika ein, sodass wir die erste Seite sozusagen aufklappen können. Und dann gehen wir einmal rundherum immer weiter und rollen den Kern sozusagen aus und schneiden dementsprechend immer diese ungenießbaren Stücke mit raus. Das mache ich hier hinten jetzt auch noch. Und schon haben wir den Kern nämlich rausgelöst und nur noch die Paprikaschale ist übrig. Zum Schluss können wir uns entscheiden, ob wir die Paprika jetzt noch in solche kleinen, gleichmäßig breiten Streifen hier schneiden möchten. Oder wir nehmen einmal diese Streifen, drehen diese noch einmal um und dann können wir sie nämlich auch in solche kleinen Würfel hier schneiden. Bevor ich es vergesse, es kann übrigens auch am Boden von der Paprika sein, dass hier nochmal so ein kleiner, schwarzer Strunk mit drin ist. Dann schneide ich einfach knapp neben diesen einmal hinein und zum Schluss entferne ich diesen nämlich mit einem so einem V-Schnitt, würde ich es mal nennen. Und schon ist der Strunk auch draußen und wir haben unsere Paprika richtig entkehren bzw. geschnitten. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so ein hochwertiges Küchenmesser hier, solche Kochhandschuhe oder auch ein Schneidebrett zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in einem Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.